Es ist das Horn Helgas, wir müssen uns sammeln! Na los! Genauso hören sie sich an. Ja, los sofort! Es geht weiter mit Mountainblades. Bannerlord, liebe Leute, willkommen zurück zur Helga, die restliche Kampagne. Es geht weiter. Keine Sorge, ja ihr habt viel verpasst, weil ich hatte versucht, hier raus ein Live-Let's Play zu machen. Aber da habe ich mich immer so gestresst gefühlt und der letzte Team war auch nicht so super Knorke. Knorke, was ein Wort, oder? Und ja, es geht weiter. Ja, es geht weiter! Wir haben folgendes gemacht. Wir haben Sanal erobert, Burg-Ukbar erobert und haben immer noch, ich glaube zum letzten Stand des normalen Let's Plays, gucken wir mal, okay? Wir haben hier Burg-Seil noch. Wir haben Sargot. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das eingenommen habe. Es ist so viel Zeit vergangen. Und wir haben noch Burg Vladev. So, das ist unser Reich. Das ist halt überall. Und was passiert? Wir haben jetzt Krieg gegen das westliche Königreich und gegen Aserai. Unser Armee besteht aus Javal und Skoldabrofta, Söldner, und unseren eigenen. Kaishisim, Jonas, Rochus, Rangöf und Radewald, der Wortgewandte. Es gab auch ein paar Probleme im Stream. Zum Beispiel, wenn ich Städte erobert habe, sind einfach Gefährten weggegangen. Also dieses ganze Safe-Game ist echt durch den Wind. Und hier lungert auch irgendwo in der Mee rum die Huma-Invasion, die ist unkaputtbar. Also das sind nur vollgepanzerte 700. Weißt du, da sind keine leichten Truppen bei. Nur vollgepanzerte, zwei an Stangenwaffen schwingende Mördermaschinen. Also das ist schon echt furchtbar. Und ja, es war auf jeden Fall nicht sehr prickelnd im Stream. Ich hatte echt kurz überlegt, wieder aufzuhören. Einfach weil ich halt auch mit diesem Mod feststecke und kann da nicht raus, ohne den zu löschen. Und es lernt sie Let's Play zu scrappen. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt ist auf jeden Fall hier das westliche Imperium. Und, ähm, ja, da ist ein Problem. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Entweder bleiben hier stehen, warten, dass die kommen. Äh, oder machen sonst was. Ich mein, ich hab jetzt die Söldner dabei. Ich könnte jetzt Burg, ähm, einen Balik erobern. Oder weiter nach, äh, Westen gehen, um, äh, Asarai-Sachen zu erobern. Die sind drin 207. Das würden die nicht alleine schaffen. Wie gesagt, ich glaub, die sind grad bei Burg, äh, Sargot dran. Was ist denn bei Quajatz eigentlich drin? Ich meine, sollen wir einfach mal nach Quajatz gehen? Anstelle hier die Burgen zu erobern? Äh, komm, wir, wir probieren mal Burg, äh, einen Balik erstmal. Und, äh, warten auf die Armeen vom westlichen Imperium. Muss man hier abspeichern. Lalalala ist nämlich der, ist so, das ist eigentlich unser Höhepunkt-Safe-Game. Wo es am besten war. Bis dann uns wieder Krieg erklärt wird. Ich würde das gerne auswürfeln. Oder, wir bleiben jetzt hier, belagern die so lange, wie es geht. Bis hier irgendwo eine Armee auftaucht. Aber das kostet uns halt auch super viel Asche, ne, dass die hier bleiben. So, machen wir mal. Ne, ich glaube lieber mit Machen wir lieber direkt Feuerkatapulte. Ah, das kostet, wir haben auch nicht mehr viel Einfluss. Ich muss mich echt beeilen. Aber das kostet mich bestimmt super viele, äh, Truppen. Truppen entsenden. Ah, ne, kann ich schon gar nicht mehr. Ach, schade, ich dachte, ich könnte das mal durchchecken. 209. Na gut, dann ist das halt so. Oh, 50 Upgrades. Hätte ich mal vorher gucken sollen. Plündernd. Guck mal, wenn ich hier gucke, bei Gnade zeigen, steht da, dass Radewald gehen würde, Atra-Klan-Jawal wäre angepisst. Deswegen, so, das nehme ich. Und dann müssen wir das gleich irgendeinem von unseren Lapp geben. Jetzt bleiben wir erstmal hier, um unsere Truppen wieder aufzufüllen. Ich glaube, ich muss manchmal rein und raus gehen. Das ist immer ganz gut hier ein bisschen. Können wir hier gerade zu den Dörfern gehen noch. Die kommen jetzt bestimmt. Dann verteidigen wir die. Ich finde, ich schaffe mir das auch. Mal abspeichern. Ich könnte auch jetzt da oben noch die Burg weg machen. Silos, Conscripts. Okay. Das wird schon. Euer Verhältnis zu Konrad's Heim von 5 auf 100. Trupp Asserei angegriffen. Siedlung Miljid. Aber ich glaube, die trauen sich nicht nah an Sandala. Wie gesagt, da sind drin genug. Ja. Ich überlege, ob ich die mal gerade gehen lassen soll. Aber die kommen auch nicht. Ne? Ich bräuchte so ein paar Speer irgendwie. Wenn ich jetzt meinen Trupp auflöse... Achso, im Let's Play hatten wir auch hier so, wie gesagt, diese Humor Invasion. Die ist so übel. Die haben wir nicht wegbekommen. Die ist in der Lungheit irgendwo rum. Die kommen jetzt bestimmt. Okay, komm. Ich will, dass die alle mal ein bisschen aufrüsten gehen. Ich bleib hier. Ja. 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 Wie viel haben wir denn noch? Oh Gott, die bräuchte ich doch nicht hier. Ja, so seh ich aus. Die kommen, die kommen hier. Ah, jetzt muss ich mal anmachen gerade. Recruitment. Ja, ja, ja. Training. Alles gut. Okay. Ähm. Verlies. Gefangene. Gefangene. Jetzt gehen die alle zu diesen zwei Dörfern hier, ne? Ist auch immer wieder geil. Gehen die auch mal an die Typen da? Das brennt schon. Ah, jetzt gehen sie, glaube ich. Ich muss hierbleiben. Ich habe keine andere Wahl. Hansentruppe bei Uckbar von Wann und Outcast. Was? Wir gehen mal gucken. Ich muss hierbleiben. Oh, komm. Wir gehen mal gucken. Äh. Was ist denn hier los? Was ist denn jetzt schon los? Fried mit Asserei schließen. Ja. Bitte. Mann, ich hätte mal bei Asserei was einnehmen sollen, ich trottel. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Äh. Ah, nein. Der Friedenschließende hat jetzt... Geh noch mal laden. Lululu. Wir bleiben in der Armee. Und wir gehen jetzt gucken, was das da ausgelöst hat. Was ist denn? Schnell wieder Truppen bilden. Da, guck. Da triggert eine Rebellion. Ich raste aus. Boah, tausend. Krieg ich die so? Ne, die Tausender krieg ich aber, ne? Das kann doch nicht sein, dass die so schnell sind. Aha. Mischt euch nicht ein, hallo? Das ist eh gerade Nacht. Das ist doof. Ich glaube, ich habe aber keine andere Wahl. Es sei denn, der bleibt da stecken. So, du Lappen. Angriff. Die müssen niedergemäht werden. Keine Gnade. Ähm. Ach, guck mal. Mit Brücke. Kann ich einfach rüber gehen? Ja, oder? Wäre doch schön blöd, wenn ich das nicht machen würde. Ach du Scheiße, da sind sie schon. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, sind die beritten? Ach du Scheiße. Habe ich das schon gesagt? Ist das alles, was wir an Bogenschützen haben? Das gibt es doch nicht. Schöne nach vorne. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh, ich habe ein Pferd gefällt. Ja, sehr gut ein Rad. Ach du Scheiße. Boah, habt ihr den Wurfschmer gesehen? Da kommen die nächsten acht, du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du blöd, blöd, blöd. Das ist das Horn der Helgas. Wir müssen uns sammeln. Ja, los. Genauso hören sie sich an. Ja, los, sofort. Ist immer noch zu hell der Halt. Ja, Helga, 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 das ist gut. Stellung halten. Komm, lass sie durch. Schilde hoch, Bogenschütze nach hinten. Bogenschütze nach vorne, Schilde nach hinten. Okay, dann flankieren, los geht's. Bogenschützen abfahren. Nein, Jonathan. Gott sei Dank haben wir so viele Bogenschützen. Sie werden sie auffalten. Aber guck doch mal, wie viele Kids das sind. Von den paar Bogenschützen. Abgriff. Oh, shit. Ah, ich muss mich wieder hochschrauben. Also, es ist da. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Ja, egal. Voll Angriff, voll Angriff. Jetzt sind wir hier mitten im Bauernsturm. Guck, die sind schon wieder gespawnt. Ja, hol sie euch. Ich hab gefliehen. Ja, das war's. War's ein Gemetzel. Sehr schön. Wunderschön. War's das jetzt? Welch heldenhafter Sieg. Er wird in die Geschichte eingehen. Ich glaube nicht, dass wir uns richtig kennengelernt haben. Ne, haben wir nicht. Aber jetzt bist du frei. 27 Gefangene hat er gehabt. Nehmen wir alle. Weil wir die den anderen zuordnen. Irgendwie zum Beispiel dem Kai-Chi-Sim. Truppen führen. Warte. Truppen spenden. Ja, nur die Besten kriegst du Kai-Chi-Sim. Keine Sorge. Ja, die paar Bogenschützen hier. Das sind richtige Lappen. Hier, Kai-Chi-Sim. Für dich. Desert Recruits will ich auch nicht. Oh. Guck mal. Übersteigt Limits. Musst du das wieder rückgängig machen, so? Gefangene. Okay, warte mal. Na gut, dann lassen wir sie hier. Äh, nach Rang. Ach, hier sind die Besten. Und ist immer schön, ne? Dass er dann direkt die... Ich überlege gerade. Unterlappen. Wovon haben wir der meisten? Brutal-Trupp. Wir haben... Ich glaube... Ach, stimmt. Wir sind auf Cavalry gegangen. Okay. Cavalavry. Okay. Ähm... Es ist alles auf Automatisch. Aber ich habe einfach keine Zeit mehr dafür. Achtung mal. Wie viel ist denn hier da gar nicht so ein drin? Drei... 600... Ne. 335. Guck mal hier. Asserei-Mameluken-Soldat. 30... 30 Stück. Mal noch mehr Kampflappen. Dann mache ich mal so. Müsste ja jetzt gehen, oder? Oh, ich habe doch Bogenschützen. Aber warum waren denn eben keiner am Schlachtfeld? Ich muss mal wieder auf Ausgewogen gehen. Äh... Gut. Dann haben wir ja genug Bogenlapinen. So. Dann, äh... Rangöf. Münzen-Blödi. Ich bin kein Münzen-Blödi. Okay. Wo ist denn der schon wieder? Das gibt es doch nicht. Die gehen da alle rein. Sehr gut. Und dann wollten wir beste Kampflappen noch reintun. Machen wir lieber zwei weniger. So. Die restlichen sind ja wieder machbar. Ja, da kann ich drüber rutschen. Hä? Ah, ne, jetzt geht's. Ich wollte gerade sagen. Stehen bleiben. Im Namen des Gesetzes. Ja! Und der andere ist da mit dem... Schon wieder. Das gibt's doch nicht. Mal so. Äh... Was eigentlich mit den... Sargot... Ist Sargot noch? Nein, natürlich nicht. Auch wieder das Imperium. Okay, wenn... Azarai wird ja wahrscheinlich mit uns Frieden haben wollen. Ah, da ist es. Hier steht aber nicht, dass mich das was kostet. Seht ihr das? Das kostet 60. Das kostet gar nichts. Wir haben 400. Frieden weg. Lächerlich, oder? Da stand, dass es nichts kostet. So, das ist doch Banane. Das ist doch alles Banane. Ich hab mir gedacht... Es kann doch nicht sein, dass ich mal alles übersehe. War's auch nicht. Mist. Noch mal 40. Na, jetzt haben wir Frieden. Jetzt gehen wir trotzdem mal nach da oben. Äh... Aber sie sind... Da sind sie. Das ist westlich Imperium. Ich überlege, ob ich jetzt gerade mal ein bisschen Kavallery hier lasse. Ah, das... Oh ja, die muss ich ja alle mitnehmen. Bin doch egal. Sehr gut. Sehr schön. Guck mal. Okay, jetzt gehen wir nochmal gucken. Ähm... Ich könnte mich durch die Belangerung durchmogeln. Ah, man, wo sind denn wieder alle unsere Leute? Alle gefangen. Ich kann nichts mitnehmen. Das ist aber kostenlos. Pansen. So, Pansen-Padawan. Den muss ich jetzt wieder zu einem Trupp machen. Weil er hat ja kein Reich. Kein Reich komme. Kein Wille geschehe. Ich könnte ihm aber ein Lehm geben. Solange es... Es ist ja... Äh... Ach, guck mal, die... Alle. Das geht gar nicht. Wird belagert. Dann nimm mir einen Bug-Ukbar. Gehört anscheinend noch keinem. Oh ja, stimmt. Da war ja was. Man, wie oft habe ich das jetzt schon vergessen. Meine Güte. Ja, dann machen wir halt die normale Armee. Gebt ihm... Gebt ihm ein bisschen Mühe. Gebt ihm aber jetzt nichts mit. Da musst du alleine durch. Oder... Geht kurz zur Festung. Gehen die Garnison. Und machen wir nach Anzahl. Puh, das ist ja richtiger Scheiß hier. Gehen wir nach Rang. Puh, das ist auch nur Schrott. Gehen wir mal gucken. Wahrscheinlich viel zu... Viel. Was da los ist. 1100 plus 600. Und der Burg sind 149. Ich meine, wenn ich Katapulte habe, wissen wir, dass alles möglich ist. Ne, wir haben nochmal 100. Es kommen nochmal 100 von uns. Kai-Shi kann noch mit. Und die Skolder-Brofter will ich dabei haben. Glaub schon wieder nicht. Ist so... Ja, ich mache mal ein Save. Okay. Wir versuchen es mal. Barina. So heißt die Burg. Habe ich jetzt unbenannt. Ich meine, noch kämpfen... Ach, die kämpfen schon. Geh einfach mal rein. Einfach der Schlacht des Willen. Ähm... Ne, das muss da hin. Weil... Ich brauche die... Die Sachen, um auf die Leute zu werfen. Hehe. Ganz wichtig. Es läuft doch wieder richtig gut. Okay. Och, das geht doch besser. Komm auf den Rambock. Ich mache das jetzt. Los, los, los! Oh, Mist. Okay, machen wir... ...einen Strich weniger. Noch ein Strich weniger. Kannst du nicht auf Steine laden? Ich meine, da liegen noch Steine. Oh Gott, das ist zu weit nach... Noch ein Strich weniger. Wir machen mal... ...zweieinhalb. Komm, äh... Ach, das ist Aseray. Ich dachte, das wäre Arnold Wellenstedt. Ja, sehr gut! Ich meine, natürlich! Natürlich habe ich getroffen. Hallo? Also, jawohl. Das andere wäre ja auch Blödsinn gewesen. Schneller, Arnie! Möchte gern Arnold Wellenstedt, was er nicht ist. Ja, sehr gut! Ich kann das auch alleine in der Hand laden. Hol du die Munition. Ja, Sir! Wieder ein halben Ding weniger. Jetzt wird's... Das gibt's nur noch einmal, höchstens. Wieder getroffen. Ich glaube, wir kriegen noch einen hin. Ich glaube, es war getroffen. Ich meine, ich hab... Oh, das ging durch! Wir haben ja noch genug Pötte. Komm, einmal noch. Boah, die ganzen Typen dahinter, ne? Aber ich muss den Ramp... Ich muss den Ramprock mal nicht machen. Das ist wichtig. So, und jetzt... Na gut. Ich schieße einfach gar nicht, weil ich will nicht, dass er die Munition verschwendet. Nee, guck, geht nämlich nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Lass es doch bleiben! Boomhilde! Boah, schön, Boomhilde! Das ist die Frage, will ich erst den Ramprock wegmachen oder will ich noch ein bisschen was auf sie draufwerfen? Ich glaube, der Ramprock ist wichtiger. Ach, was soll's. Das sind auch schon... Guck mal, das ist einfach viel zu selten möglich. Viel zu selten. Okay, jetzt muss ich aber... Guck, der wirft gar nicht. Schade. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt hat mein Zögern... Rache. Rache für mein Zögern. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Nein! Hat's funktioniert? Nein! Oh, Mann. Ich voll Lappen. Was anderes bin ich nicht. Jetzt kommen sie erst hoch. Guck mal, jetzt kommen sie über die Leitern. Sehr gut, was sie lieben Bogen tot. Oh, 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 oh. Nein! Die schönen Wunderwaffen. Mehr! Wie viele da getroffen werden können, ne? Okay, wir gehen kämpfen. Ich glaub, wir müssen da kämpfen gehen. Ach du Scheiße. Wir sind wieder zu wenig Truppen. Hä? Wo sind denn alle? Stehen alle da rum, ey. Ich blippe aus. Und ich bin tot. Das gibt's doch nicht. Ich hab so viel dazu. Gehen wir wieder raus. Gehen wir wieder raus. Also ich muss... Ich muss immer die Truppen neu sortieren. Das geht so gar nicht. Ne, das mein ich halt. Das ist immer noch so... Ja. Alles und auch durcheinander. Naja, wir haben viel geschafft. Wir haben Bauern niedergemäht. Was gibt es Besseres als das? Das war Asarei Frieden. Okay. Ja, anscheinend. Hä? Hä? Was war der zu... Hä? Okay, okay. Gut, liebe Leute. Bis zur nächsten Folge. Äh, Mountain Blade Bannerlord. Bis dahin wie immer. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017